Also Sportfreunde, jetzt wieder Rastien Training, primär diesmal wieder für die Läufer. Das heißt der Bereich Fuß, Ferse, Fersensport, Achillessehnen, Achillessehnenentzündung, beziehungsweise so Leos, wie es war, kann man mit der Black-Orange rollen, oder was auch immer, ich nehme die gerne, weil die härter ist, die Achillessehne direkt bearbeiten, direkt abrollen. Das ist völlig positiv, also es braucht niemand Angst dran, wenn man die Achillessehne dementsprechend damit bearbeitet. Wir haben es selbst, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden und ausprobieren, wir haben es selbst bei leichten Achillessehnenentzündungen erfolgreich eingesetzt. Da muss man halt nur den Druck dementsprechend anpassen, dass man es nicht überbreitet, beziehungsweise vorher Bereich Soleus und Plantarbrast zuerst mal locker. Ansonsten, es ist einfach so, legt wirklich an der Sehne direkt rückwärts hier auf die Black-Roll auf und rollt den Bereich ab. Das sind auch so ca. 5 cm, den er arbeitet, vielleicht auch 10, je nachdem wie groß er sei. Und jetzt ist es dann wirklich auch hilfreich, wenn man dementsprechend den Fuß immer leicht herbewegt, dass man die Achillessehne aus allen Dimensionen, quasi von allen Seiten, ja, das denkt wieder hier, wie bei allen Dingen an, dass sie ausreichend Druck ausüben. Also ich mache es dann immer gerne so, dass ich wirklich den anderen Fuß auflege und dementsprechend hier den Druck zu erhöhen auf die Struktur. Die immer zwei Minuten rollen, um Collagen und Hörer-Rolle oder Produktion in dem Gewebe hinzuwägen. Das könnt ihr immer nach jedem Lauf, nach jedem Training machen, beziehungsweise präventiv, Karnidelläufer täglich. Wenn er es richtig macht, erwischt man auch gleich wirklich die Soleos-Strukturen hier mit. Also wer generell empfindlich reagiert und immer merkt, dass er so ein bisschen Druck in dem Bereich Soleos oder Achillessehne hinten hat, der wird hier, wenn er das regelmäßig macht, deutliche Besseren erfahren und auch dementsprechend länger trainieren können, ohne irgendwelche Kunstpausen einlegen zu müssen, weil diese Strukturen sich krank, kaputt oder überlastet anfühlen. Also, Spruch frei, viel Spaß! ... ... ...